Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die lila ne Jogger, die orange ne Jogger und Helme dazu bekommt. Wie ihr wisst, habe ich in letzter Zeit viele PvP-Videos gemacht, die werden auch weiterhin kommen, aber ich dachte, ich werde mal hier jetzt euch sowas hochladen, für die Leute, die das interessiert. Weil ihr wisst, Rockstar Games hat leider viele Jobs entfernt, daher kann man jetzt auch auf der Playstation 4 und Playstation 5 keine grüne Jogger und pinke Jogger bekommen, außer mit vielleicht dem 2-Konsolen-Glitch. Aber normal kann man die leider nicht mehr bekommen, weil eben Rockstar Games die Jobs leider entfernt hat. Ich habe noch eine Info und zwar, ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Server joinen, da habt ihr immer die neuesten News zu uns, was als nächstes kommt. Ihr könnt euch mit Leuten austauschen, um zu glitschen, um zu zocken, also ist alles da, der Server ist gut eingerichtet und ja, dann beginnen wir mal mit dem Video. So, als erstes braucht ihr einen markierten Job von Social Club, den packe ich euch in die Videobeschreibung. Wenn ihr den dann markiert habt, startet ihr GTA, geht auf Online-Jobs, Jobs spielen, markiert, dann geht ihr auf Less Team Standing und startet Power Play. Hierfür müsst ihr nichts einstellen, ihr braucht nur einen Freund und zwar ist es so, wenn ihr selber einen Job startet, kriegt ihr die orange ne Jogger und wenn ihr die lila ne Jogger möchtet, dann muss euer Kumpel euch einladen. Es gibt zwei Teams einstellen, müsst ihr nichts. Bei mir habe ich zwei Leute eingeladen, Grüße gehen raus an Jerry und einmal Supermika spielt auf YouTube. Supermika spielt auf YouTube, macht Tuning-Treffen mit der Community in Livestreams, also wenn ihr mal Interesse habt, schaut doch mal bei ihm vorbei, lasst ein Abo da. Ja, der ist oft am Streamen und macht mit der Community eben wie gesagt Tuning-Treffen. So, wenn ihr dann eure Freunde oder euren Kumpel eingeladen habt, dann startet ihr ganz normal den Job. Im Job geht ihr dann ins Interaktionsmenü, auf Stil, Accessoires und wechselt einmal eure Handschuhe. Habt ihr das gemacht, geht ihr aufs Handy, auf Jobliste und geht auf den Job. Das macht jetzt euer Kumpel auch, denn wir müssen jetzt gleichzeitig den Job verlassen, also macht euch bereit, spricht euch ab, dann drückt ihr Viereck, bist du sicher und dann müsst ihr gleichzeitig X drücken. So, dann kommt der Ladebildschirm, dann wartet ihr ab natürlich. Wenn ihr spawnt, solltet ihr jeweils die Jogger und den Helm anhaben und jetzt können wir das eigentlich auch abspeichern gehen. Da bewege ich mich jetzt gleich mal hin. So, ich bin jetzt hier bei Ammonation und kann das Outfit wie gesagt abspeichern. Ja, und ihr könnt natürlich auch Oberteile wechseln, wie auch die Schuhe. Also, das ist alles kein Ding. Ihr solltet das, glaube ich, mittlerweile auch wissen. GTA ist schon alt, ihr wisst. Ja, und das war eigentlich alles, was gesagt werden muss. Wenn ihr Interesse habt, ich habe auch ganz viele PvP-Videos auf meinem Kanal, also ihr könnt euch da austoben, vorbeischauen. Und ja, dann würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen, über einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder zu PvP. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.